Ein Porsche Cayenne steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen weißen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 98.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2008. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Tagfahrlicht, Schiebedach, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Der Allradbenziner überträgt eine satte Leistung von 290 PS auf ein Automatikgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Die Erstanmeldung Die Erstanmeldung Die Erstanmeldung